Die 10 höchsten Gebäude der Welt. Das Taipei 101 mit 508 Metern in Taipei in China. Es wurde 2004 fertiggestellt. Der Willis Tower mit 527 Metern in Chicago. Er wurde 1974 gebaut. Der Ostankino Turm 537 Meter. Er steht in Moskau, Russland und wurde schon 1967 fertiggestellt. Das One World Trade Center ist mit 541 Metern das höchste Gebäude in New York City und steht in Amerika. Es wird 2014 fertiggestellt. Die CN Tower 553 Meter in Toronto, Kanada 1976 fertiggestellt. Der Canton Tower 600 Meter. Er steht in Guangzhou in China und wurde 2010 fertiggestellt. Das Mecca Royal Clock Tower Hotel mit 691 Metern. Er steht in Mecca in Saudi-Arabien und wurde 2012 fertiggestellt. Der Shanghai Tower ist mit 632 Metern in Shanghai das höchste Gebäude. Er steht in China und wurde 2014 fertiggestellt. Der Tokyo Skytree 634 Metern steht in Tokio, Japan und wurde 2012 fertiggestellt. Das höchste Gebäude der Welt ist der Burj Khalifa mit 830 Metern. Er steht in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und wurde 2010 fertiggestellt. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir bitte ein Like.